Oh mein Gott! Das ist nicht dein Ernst! Ich hab mich aufgenommen! Alter! Läuft dir deine Aufnahme wenigstens jetzt! Ja! Alter! Junge! Oh nein! Digga, ich hab erst gehofft, du verarschst mich, Alter! Du verarbeitest mich! Ja, hab ich auch gehofft! Nein! Leute, willkommen! Einer Folge Minecraft Prison! Ja, okay! Du kannst ja nicht sagen, was wir gemacht haben! Ja, wie ihr seht! Wir haben jetzt hier Kühe! In Red seiner Folge hat er ja Kühe Spawn-Ecks gefunden! Die habe ich jetzt heute platziert und ein bisschen vermehrt, damit wir Leder haben für Bücherregale! Red ist hier fischen! Hier ist noch ein Erde-Block! Oh, alles tut allein! Ich kann euch kurz zeigen, wir haben... Ja, wie so bist du! Ja, aber wir haben nicht so viel Pro-Race gemacht! Ich hab jetzt deine Aufnahme nicht! Und dann hast du deine Antwort! Ja! Ich weiß... Ich weiß nicht! Ja, mein Kopf ist... Stimmt, ja! Die Dias haben wir abgebaut! Wir haben, glaub ich, jetzt 10 Dias mehr! Und wir haben das End! Ja! Genau! Das zeige ich euch hier gerade! Wir haben jetzt hier das End freigeschaltet! Ich bin kurz reingesprungen! Wurde dann natürlich getötet! Oh, das darf natürlich! Und deswegen haben wir jetzt auch diesen Erfolg! Und ja, jetzt vorhin ist es mir aufgefallen! Ich hab nicht aufgenommen! Und ja! Ihr habt ruhig gesagt, seine Aufnahme ist bestimmt schon relativ lang! Dann können wir jetzt mal beenden, weil wir heute ein bisschen Zeitstress haben! Äh, was ist denn? Ist hier ein Zombie-Villager? Ja und? Wir haben eh keine Tränke, um den zu eilen! Ah ja, stimmt! Die hab ich hier verkackt! Boah, Leute! Was? Ey! Es ist ganz schlimm! Schon die letzte Folge, wie es mir so ein riesen Malheur passiert! Und jetzt auch wieder! Die hat sich noch ein bisschen was geändert! Ja, du weißt was! Ja, in meiner letzten! Weil ich dir ein Geschenk machen wollte mit dem... Brauzaubertränken! Da hab ich gemerkt, dass es komplett dumm war! Ja, shit happens, Leute! Wisst ihr ja! Und jetzt sind wir hier! Red hat, glaub ich, oben noch eine Kiste gefunden! Aber da war nix wirklich Nennenswertes drin, oder? Hm, ne, war es nicht! Eben! Das heißt, ähm... Ich hab grad noch eine Angel geangelt mit Glück des Meeres 3! Und ich glaub, Glück des Meeres steht auch nur für solche krassen Sachen wie Namensschilder! Und Köder ist ja noch für Fische! Und deswegen ange ich jetzt mit der mal! Weil da ist ja... Weil der anderen ist ja Glück des Meeres und Köder gleichgesetzt mit 3! Und bei der ist es halt nicht so! Ja, Fisch braucht ihr Namensschilder! Wir brauchen Namensschilder! Ja, eben! Wir müssen ja unsere Tiere hier auch immer fleißig benennen! Ja, das, ähm... Ist natürlich jetzt sehr belastend, Alter! Aber wie konnte mir das passieren? Ich hab einfach die Unlock gemacht! Ich bin nicht aus dem Spiel rausgetappt! Ich wundert's nicht! Was ist denn das spät, Junge? Es sind halb neun, Leute! Naja... Egal! Dann wird das heute wahrscheinlich auch eine etwas kürzere Folge! Ich weiß es ja nicht! Keine Ahnung! Oder wir nehmen jetzt noch ein bisschen weiter auf! Das Ding ist, ähm... Wir haben jetzt noch neue Erfolge! Wir haben jetzt hier unten, äh... Entdecke alle Biome und besiege den Enderdrachen! Für das braucht ihr wahrscheinlich noch ein paar Folgen! Ähm... Ja! Du kannst hier unten noch mit deiner Glücksspitzhacke dann noch die Dias abbauen! Ah, okay! Genau! Dann, ähm... Gibt es noch... Ja, was gibt's? Ich kann einfach mal mitangeln! Du machst doch eh nichts wichtiges gerade! Doch, ich mach hier gerade wieder Border-Arbeitungen! Nimm die Angeln und Angeln, Alter! Nimm die Angeln und Angeln, Alter! Nimm die Angeln und Angeln! Wir können jetzt ja gleich hier drüben auch angeln! Wenn wir noch zwei Erfolge haben! Guck mal! Da oben ist noch eine Insel über uns! Jo! Da oben ist die Kiste! Ah ne, das ist ein Monster! Ne? Ich seh's nicht ganz! Das ist keine Kiste! Schade, ne? Naja, ähm... Ja... Ja... Pretty schade, natürlich! Äh, aber ganz ehrlich, haben wir das Projekt nicht sowieso schon komplett verkackt? Wir haben doch schon so viele Fehler gemacht, Alter! Ja, du hast vor allem so viele Fehler gemacht! Du hast mich dazu animiert! Wie sind viele überhaupt zu tun? Ich hab mich dazu animiert, einen Scheiß-Trank zu brauchen! Ne? Kannst du das hier mal ein bisschen besser machen? Hier ist ein richtiges Loch! Ich weiß gar nicht, wieso das herkommt! Ja, das war... Ja, das war... Das war damit mit den Krippers, glaube ich! Ah, ne, nein! Das gar nicht! Ja, mit Krippers auf jeden Fall! Ja! Geil! So, wir haben hier auch Marcel, aber ich glaube, das war ja noch in deiner Folge! Hier ist Neil, Marcel und Simon, die chillen gerade alle zusammen! Füllen alle ihre Nützchen! Ähm... Oh, das war dumm! Ja, geil! Okay! Wir haben hier auch noch eine weitere Truhe, aber... Wie gesagt, wir müssen jetzt halt farben! Ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, auch in dieser Folge noch erwähnt! Ach, jetzt kann ich die Kiste nicht mal aufholen! Ähm... Ja! Wir müssen hier jetzt natürlich noch ein bisschen farben, die ganze Zeit! Vor allem für Bücherregale! Wir haben jetzt aber zum Glück, äh... Wir können jetzt Leder farben und wir können ja auch... Ähm... Genau! Wir nutzen hier ausgiebig Farben! Genau! Das heißt, das ist, glaube ich, nicht so das Problem! Das ist schon mal vorteilhaft! Und... Wie gesagt, jetzt farben wir da einfach weiter die nächsten Folgen! Wieso ist da... Ah, ja! Ähm... Jo! Was gibt's noch zu sagen? Ich... Ähm... Jo! Jo! Naja, ich hab noch gerade was krasses gesehen! Deswegen! Glück des Meeres ist nur für Fische eine Wasserquelle weggemacht, wo auch drei Dinger angebaut waren! Ja, fand ich unnötig! Ich angle jetzt noch ein bisschen... Ich stimme, wir können da noch anpflanzen! Eben drum! Deswegen! Ich dachte, das sieht doch dann viel schöner aus! Stimmt! Dann ist hier so eine kleine Wand auch! Angeln wir jetzt hier noch ein bisschen! Komm, ein bisschen nebenbei Torten, Alter! Wie waren deine letzten Wochen? So... Ja! Wie waren es nur deine letzte Woche? Meine letzte Woche? Also diese oder die letzte? Die, wo wir uns nicht gehört haben halt! Achso! Ja gut! Ähm... Boah, jetzt muss ich überlegen, ey! Ja, war jetzt nicht so viel los, halt viel arbeiten logischerweise! Dann... Dann sag ich mal nicht so viel los! Dann sagt er mir, dann stelle ich gleich den Aufnahmetermin ab! Ja! Freitag... Hatten wir noch Besuch! Zoweit ich mich erinnern kann! Das Wochenende hast du Besuch! Ja, Freitagabend halt! Dann... Was war denn Samstags nochmal? Naja! Ach ja genau! Samstag war ich noch ein bisschen reiten! Dann war ich... Dann warst du noch ein bisschen rei? Nein, reiten, Alter! Ich bin dumm! Ach schon, du hast noch ein neues Profil mit der Fotze! Ja genau! Das war, glaube ich, das hier! Ähm... Auf jeden Fall! Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich... Out of Const... 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 Konstantin Film! Nein! Ähm... Ach verdammt! Ja genau! Dann gingen wir zu einem Geburtstagfest von meinem Onkel! Da haben wir dort lecker gegessen, Alter! Äh... Danach... Ja... Gingen wir schlafen! Am nächsten Tag gingen wir dann am Morgen relativ... Also relativ früh, irgendwie um elf oder so, gingen wir nach Hause! Ähm... Ja! Dann habe ich... Ich glaube, in diesem Nachmittag habe ich relativ viel noch geschnitten! Und so ein bisschen hochgeladen! Ich habe gerade Leder geangelt! Okay! Ähm... Und... Ja! Genau! Dann Montags hatte ich Schule, Berufsschule! War ganz lustig! Weil wir hatten so ein neues Spiel entdeckt! So ein Online-Spiel! Maked Meme heißt das! Da bekommst du halt ein Meme Template! Und dann musst du aber die eigenen... Also die Texte kannst du halt selber bearbeiten! Und dann musstest du halt ein Meme kreieren! Und am Schluss konntest du Voten welches das am besten ist! Und das war ganz lustig! Das haben wir eigentlich dann gespielt! Wir haben noch ein paar gute Noten zurückbekommen! Zum Glück! Mussten noch einen Test schreiben! Ne... Ich habe letztens auch einen Test wieder bekommen! Wie ist der gelaufen? Super gut! Besser! Biologie! Ich hasse Biologie! Und ich habe während des Test mein Lehrer gefragt, ab wieviel Punkten es eine 5 gibt! Sympathisch! Man kann sich unterhalten! Ich habe eine 5 Minus! Das ist glaube ich recht schlecht oder? In deinem Fall ist es eine 2 Plus! Bei uns gibt es das mit Plus nicht! Also halt eine 2! Tendenz zu 1! Was ist Plus? Plus ist Tendenz zum höheren... Also bei mir ist ja so 1 ist die beste Note, 6 die schlechteste! Ja ja! Und dann gibt es so eine 2, eine 2 Minus und eine 2 Plus! Eine 2 Minus heißt, du hast noch eine 2, aber du bist ganz knapp an der 3 vorbei! Also du bist ganz knapp an der schlechteren Note vorbeigekommen! Habt ihr nicht halbe Noten dann? Ne! Ach das sind das einfach die Half Steps, die wir halt haben! Genau! Das ist dann... Plus ist halt... Du bist ganz knapp an der besseren Note vorbeigekommen! Schade, ne? Genau! Und ich hatte das einmal... Jo! Reparatur Köder 3 Haltbarkeit 3! Damit die mit deiner Zusammenkraft haben wir 2... Angeln auf Max! Und? Okay, ja warte gib mir die kurz! Dann mach ich das kurz! Ich schätze mal... Ich bekomme noch ein Fisch! Ich bekomme noch ein Fisch! So, danke! Ich habe gerade noch ein Namensschild bekommen! Ich habe schon 2 Namensschilder! So, welche ist jetzt natürlich kostengünstiger? Alter, 15! Willst du mich verarschen? 25! Okay, ich mach anderes rum! Hast du 15 Level? Nein! Ja, da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen anarbeiten... ... Musste noch ein bisschen langer angeln... HEL Du kannst mit der... Ne... Angeln nicht mit der kaputtenen... Ne, ne, ne! Geht auch nicht kaputt, aber da... Stimmt. Die hat er ist officers Helden! Ja wir brauchen Namensschilder halt... Da ist das Ziel, oder Gerange? Ja... Aber irgendwie hab ich das Gefühl, das ist relativ random also, ist es egal ob das Glück das Ding... ich hab schon ein zweites seerosenblatt willst du mich verarschen ich hab ja auch schon eins reingesetzt aber reicht doch auch mal ich will den namensschild wie viel brauchen wir denn noch? wir brauchen noch mindestens 2 Schilder ja ist das ein Schild? das könnte auch gewesen sein ne ne war ein Fisch ich hab übrigens 3 Kugelfische gib mir mal Weizen hast du das im Moment? ja so ich guck auf deine Hand und dann kannst du die Kugel vermehren ja ne ja ne ja was ging bei dir so? oder willst du das in deiner Folge erzählen? naja ich würde das dann ja in meiner Folge machen also halt oh Gott ich hab das Tor aufgemacht sowieso von mir aus könnten wir diese Folge dann beenden wir eh mit der Folge jetzt beenden sollten weil ansonsten genau so ja das hat das Kugel fertig gebaut du kannst ja fehlen noch Dinger wenn wir einen Erfolg machen ist das dann wieder ja ich weiß eben das ist so ein bisschen das Ding danach baue ich aber dann die Mauer ähm wir können ja danach baut er die Mauer ähm willst willst also was ist so der Plan für die nächste Folge? einfach fahren einfach fahren ok immer schön die Kugel vermehren dass wir mal die Bibliothek hochkriegen ok und einer angelt die ganze Zeit damit man äh damit wir Tings bekommen da im Schild ok finde ich einen guten Plan kann ich mich auf die Bücherregale kümmern weil wir kriegen ja auch hier gute Bücher raus stimmt ja ok dann mach ich ja jetzt mal die Abmod ne genau und ich will das Lagersystem noch ein bisschen besser machen was meinst du mit besser? he egal ok mach dein Abmod Leute das war's mit diesem Video wenn es euch gefallen hat lasst ein Like und Abra ein Buch oh mein Gott das ist immer wenn du die Abmodel machst ja wirklich was heißt es? schutz 3 ja doch kann man brauchen 2,3, Lachse ja moin ok Leute lasst ein Like und Abra schaut bei Red vorbei schaut in die Playlist das sind die Kugel und alle Videos und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal oder tschüssi 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 ja scheiße ja scheiße ja scheiße ne Untertitelung des ZDF, 2020